3 gegen 2, wenn es schnell gespielt wird, Crack! Und es wird schnell gespielt! Und das ist das Tor! Saustarker Konter des KC! Ja, so spielt man einen Konter. Gnadenlos wird da ein Fehler, der Linse ausgenutzt. Und Mike Crack lässt sich zwar mal feiern, aber es wird eine Videokontrolle geben. Aha, könnte, könnte Torraum abseits gewesen sein. Schauen wir nochmal hin. Weil nicht von dem Mann in der Mitte geht die Scheibe rein. Ja, bin gespannt. Ich glaube fast, da war der KC-Mann vorher drinnen. Schneider macht sich da links bereit, der war es nicht. Crack! Und wie war es dann am Ende, müsste es Hager gewesen sein. Der spielt normalerweise in dieser Reihe. Schauen wir nochmal hin. Jetzt Crack! Schneider verabschiedet sich auf die rechte Seite. So, jetzt kommt Hager. Ist schon drinnen. Dann mit dem Fuß. Schlitsche-Tor kann es keine sein, glaube ich nicht. Denn es war für mich keine aktive Bewegung mit dem Fuß zum Puck. Schauen wir da nochmal hin. Crack zuerst mit dem Pass. So, und jetzt? Nein, Schlitschuh-Tor auf keinen Fall. So ein ähnliches Tor erzielt ja auch Koch schon in dieser Meisterschaft. Er fährt natürlich in die Richtung, in der er auch läuft. Aber es ist keine aktive Bewegung mit dem Schlitschub.